Mit Digital Signage können Sie zentral Inhalte und Informationen auf den Kaffeemaschinenbildschirmen verteilen. So können Sie zum Beispiel in einem Office-Konzept Informationen über den Betriebsverlauf oder Veranstaltungen in der Firma oder auch Events in der Firma verbreiten. In einem Retail-Konzept können Sie so Werbung schalten an der Kaffeemaschine, zum Beispiel für ein Cross-Selling für andere Produkte in Ihrem Store. Digital Signage ist wirklich intuitiv und einfach zu handhaben und kann auf Knopfdruck die Informationen an die gesamte Kaffeemaschinenflotte verteilen. So übernehmen Sie selber das Zepter über den Informationskanal an Ihrer Kaffeemaschine. So übernehmen Sie selber das Zepter über den Kaffeemaschine.